Liebe Kollegen, ich bin seit Mai 2000 Abgeordneter hier im Haus, seit zwölf Jahren. Und damals war Rauchen in den Ausschüssen noch alltägliche Praxis. Damals wurde unten in der Kantine geraucht, in der Kaffeeklappe wurde überall geraucht. Und wir können festhalten, dass es einen sehr, sehr starken öffentlichen Bewusstseinswandel in dieser Frage gegeben hat. Ausgangspunkt sind die gewachsenen Erkenntnisse über die gesundheitlichen Schäden, vor allen Dingen auch für Passivraucher, für Nichtraucher. Da hat es viele Erkenntnisse gegeben. Und diejenigen, die davon betroffen waren, waren nicht mehr bereit, das Risiko gesundheitlicher Schäden hinzunehmen, damit andere ihrem Genuss frönen könnten. Das ist die Grundlage der gesamten Debatte gewesen. Und auch deswegen hat es das Nichtraucherschutzgesetz von CDU und FDP gegeben, weil einfach in der Gesellschaft sich in diesem Prozess immer mehr die Erkenntnis durchgesetzt hat, so geht es nicht. Das Gesetz hat aber zu viele Mängel. Aber es schützt nicht eben die Nichtraucher eindeutig genug. Und deswegen muss es an dieser Stelle Korrekturen geben und die nehmen wir heute mit dem Gesetz wahr. Und ich habe die Anhörung verfolgt und die Stellungnahmen im Vorfeld und es sind eine Reihe sehr guter Stellungnahmen gekommen. Ich will nur zwei, drei erwähnen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg, ich zitiere, keine andere Berufsgruppe hat ein so hohes Krebsrisiko wie Kellnerinnen und Kellner. Das sind diejenigen, die dann berufsmäßig, weil wir uns ja hier sehr stark um Gaststätten streiten, davon betroffen sind, dass andere dem Rauchen frönen möchten. Aus der Anhörung der Ärztekammer, also der Beitrag der Ärztekammer, 25 Prozent weniger Herzinfarkte bei Nichtrauchern und bei der stationären Behandlung von Herzinfarkten, 8,6 Prozent weniger bei Angina pectoris in der Vorstufe, 13,3 Prozent weniger. Also eindeutige Ergebnisse, nachdem Nichtraucherschutzgesetze eingeführt worden sind, messbar von der Ärztekammer festgestellt. Und dann hat mich am stärksten beeindruckt die Aussagen, der Kollege von SPD hat das vorhin schon mal angesprochen, bei der Anhörung am 26.09., wo uns dann der Vertreter des Brauchtums erzählt hat, dass doch mit den fairen Vereinbarungen es geregelt sei, dass in dem rheinischen Brauchtum, dem ich ja nun auch wirklich nahe stehe, seitdem ich in Aachen lebe, das doch beachtet wird. Und dann kommt die Deutsche Krebsforschungsstelle, die sagt, wir haben 21 Kinderkarnevalssitzungen gesucht und auf 17 ist geraucht worden, was das Zeug hielt. Das heißt, die freiwilligen Vereinbarungen, die freiwilligen Regelungen, die Appelle, helfen an der Stelle nicht weiter. Das ist einfach... Und es wird niemand... Herr Kollege Brink, ich darf Sie bitten, zum Ende zu kommen. Gut, dann lassen Sie mich einen letzten Satz sagen. Ich habe das immer so verstanden, dass es eine zutiefst bürgerliche Tugend ist, in Respekt vor dem anderen ihn nicht zu schädigen und zu beeinträchtigen. Und wenn es jetzt so ist, wenn Ihnen der Kompass da verloren gegangen ist, dann muss eben diese zutiefst bürgerliche Tugend, das Respekt vor dem anderen, von Sozialdemokraten und Grünen, hier mit der Änderung des Gesetzes verholfen werden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Brink. Für die Fraktion der FDP spricht nun der Kollege Herr Dr. Stamm. Vielen Dank. Vielen Dank.